Ja, die Energiewende ist im vollen Gange. Man sieht das nicht nur bei den ganzen Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern. Auch für Gewerbe- und Industriebetriebe wird es zunehmend, auch aufgrund der hohen Strompreise, eine gute Alternative auf Photovoltaik zu setzen. Und daher möchte ich mich in meinem heutigen 3-Minuten-Umweltrechtsvideo mit dem Genehmigungsregime für gewerbliche und insbesondere Abfallbehandlungsanlagen auseinandersetzen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist David Suchanek. Ich bin Rechtsanwalt bei der Umweltrechtskanzlei Niederhofer & Badenau mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Mein heutiges Thema sind Photovoltaikanlagen für gewerbliche Betriebsanlagen und insbesondere Abfallbehandlungsanlagen. Und bevor wir ins Genehmigungsregime einsteigen, muss man sich zunächst einmal überlegen, ob meine PV-Anlage eine sogenannte Auf-Dach-Anlage ist oder eine Freiflächen-PV. Der maßgebliche Unterschied stellt sich schon im Planungsrecht, im Raumordnungsrecht. Die Widmungskonformität stellt man viel leichter her oder es stellen sich hier viel weniger rechtliche Fragen, wenn eine Auf-Dach-Anlage, also auf einer bestehenden Halle beispielsweise, eine PV-Anlage errichtet wird, als wenn man hier in die freie Fläche geht. Aber unabhängig vom Raumordnungsrecht, von den Widmungen, gibt es das klassische Anlagenrecht, das ich natürlich auch noch kurz ausführen möchte. Hier denkt man vielleicht zunächst einmal bei Stromerzeugungsanlagen an die Elektrizitätsgesetze der Länder. Diese kommen aber nicht zur Anwendung, wenn die Anlage der Eigenstromerzeugung dient. Das heißt, wenn der Betrieb den Strom selbst verbraucht. Grenzfall ist hier noch die Überschusseinspeisung, die aber auch im Regelfall als von der Ausnahme von den Elektrizitätsgesetzen erfasst angesehen wird. Und daher greift dann zur Genehmigung derartiger Anlagen das gewerberechtliche Genehmigungsregime plus das Baurecht. Das kann sich jetzt unterscheiden in den einzelnen Bundesländern, vielleicht nur Anzeigepflicht, vielleicht eine Genehmigungspflicht und eine Genehmigungsfreistellung. Es ist also unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern und ein wichtiger Sonderfall, also jetzt im Vergleich zu dem dargestellten Regime, sind Abfallbehandlungsanlagen, die dem AWG unterliegen. Und die haben die Besonderheit, dass hier alles von einer Behörde genehmigt wird und auch das Baurecht, das Gewerberecht mit genehmigt wird. Also selbst wenn es genehmigungsfrei ist im Baurecht, bedeutet es nicht, dass man das nicht nach dem AWG, dem Abfallrecht, anzeigen oder sogar genehmigen müsste. Also hier unterscheidet sich das AWG und geht sozusagen einen eigenen Weg.